Ich stehe hier mit Martina Jindrova, einer sehr erfahrenen Kämpferin, eine Veteranin, die hat gerade die Europameisterschaft, der WFCA. Martina, du hattest einen tollen Kämpfer, du bist der neue europäische Champion. Wie sah du die Kämpfer gegen Joyce? Ich denke, Joyce war ein bisschen schmerz von der ersten Runde. Ich denke, ich habe sehr hart angefangen. Meine Schmerzen und meine Schmerzen waren sehr hart. Ich habe sie gefangen. Ich denke, sie war ein bisschen schmerz. Und ihre Kraft war nicht so hart wie ich selbst. Ich denke, in allen fünf Runden war ich mehr hart. Ich denke, sie ist nicht ein guter Kämpfer, aber ich habe mehr Kraft und vielleicht mehr Erfahrung. Ich bin sehr glücklich. Ja, es war fantastisch. Fünf Runde Domination, so zu sprechen. Fünf Runde, alles für dich? Nein, ich denke, es war kein einfacher Kämpfer für mich. Die Kämpfer war in Hamburg. Sie ist aus Hamburg. Ich war ein bisschen Angst, weil sie zu Hause war. Für die Punkte. Ja, ich hatte Angst, dass sie für die Punkte gewinnen wollte. Ich wollte sie raus. Aber sie ist ein guter Kämpfer. Sie war gut. Ich konnte es nicht. Ja, wie ich gesagt habe, ein sehr guter Kämpfer. Die Fans von Hamburg haben auch für dich gefangen. Ich denke, sie sind sehr glücklich. Was ist für dich, nachdem du diesen Titel gewinnen? Ja, ich weiß nicht. Ich werde jetzt noch ein Rats für eine Woche nehmen. Denn ich habe viele Injury. Nicht von dieser Kämpfer, sondern von meiner Vorbereitung. Es gibt viele Probleme. Ich werde noch ein Rats für zwei Wochen nehmen. Und nachher hoffe ich, dass mein Manager vorbereitet einen anderen Kämpfer für mich. Denn ich habe nicht so viele Kämpfer für den Jahr. Er hat viele Kontakte, aber viele Kämpfer nicht mit mir. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Denn du bist so gut in der Ratsche. Ja, wenn du zuerst etwas sagst, zu deinen Fans. Wenn du möchtest, kannst du in der Tatsache sprechen. Ich möchte sehr vielen Dank für meine Familie, dass sie mich unterstützen. Sie kamen, um meinen Kampf zu sehen. Ich war sehr glücklich. Ich möchte sehr vielen Dank für meine Trainer und meine Freundin, Kristina und Trainer Eva Lischkova. Sie waren sehr gut. Es war sehr lustig für mich. Ich war nervös. Aber wegen ihnen fühlte ich mich sehr gut. Es war sehr lustig, hier zu sein. Okay, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.